Eigentlich brauchen wir sowas. Das wär krass. Grüner Adler. Oder Warte, ich komm anlaufen, tu so, geh so runter, du gehst auf meinen Rücken so. Dann kommt auch so Felix, kommt auch noch so auf uns drauf, und dann sind wir so ein Ultra-Jutsch-Fort. Ich geb dir so ne Brücke, du kannst so abbringen. Mach mal, mach mal. Dann steht hier noch einer. Komm, probier mal. Okay, aber das wird wehtun. Ich spring dann drauf, ja? Du, du, also nicht springen, sondern... Pass auf, ich mach mal Test. Ja, okay, okay. Okay, du hast jetzt einen Schubabdruck auf dem Rücken. Alles gut, alles gut. Drei, zwei, eins. Das ist Überscheiße. Das ist... Mach du mir nicht. Das ist... Das ist unfassbar super. Felix, mach du mal. Was denn? Lauf mal auf meinen Rücken drauf, und spring mal vor meinen Rücken. Boah, ich fick deinen Rücken halt, ne? Wir überlegen gerade, ob du so stressst. Nicht drauf springen, sondern so drauf laufen. Checkst du? Okay. Warte, wohin soll ich treten? Nutzt es als Sprungfläche, um höher zu springen. Ja, da so? Normalerweise wäre ich vorher zum Essen eingeladen, Kevin. Irgendwie. Ja, ja, gut. Ich spring hier rauf, ja? Ja, aber nicht drauf springen, drauf laufen. Ja, ja, drauf laufen. Okay. Okay. Also unten links, ja? In irgendeinem Ball und teste, ob du werfen kannst. Ja, genau. Versuch dadurch höher zu springen. Okay, okay. Um dann so ein... Okay, 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 okay. Ah, das ist gut. Nee, das ist gut. Nee, das ist gut. Nee, das ist gut.